hallo schön dass ihr dabei seid heute zu einem nicht backrezept denn ich habe es nicht geschafft die videos rechtzeitig fertig zu schneiden wie ihr seht bin ich hier am heimischen strand unser pool hat so langsam aber sicher badetemperatur erreicht ich freue mich da schon heute nachmittag mal rein zu gehen die kinder sind bei oma und opa also total der ferienmodus gerade drin und das ist halt auch einer der gründe wieso ich jetzt mal nicht am pc sitze und für euch videos schneide denn man will ja auch ab und zu mal pause haben abgesehen davon habe ich noch ein anderes projekt am laufen von dem hier ist zu hell von dem möchte ich euch natürlich auch erzählen allerdings nicht heute sondern erst dann wenn alles in trockenen tüchern ist und was es sich da genau handelt das verrate ich jetzt noch nicht ich finde es cool das projekt bin gespannt wie ihr das findet wenn ihr es erfahrt und ich versuche natürlich so schnell wie möglich das fertig zu bekommen damit ich euch davon erzählen kann so jetzt aber wünsche ich euch allen ein wunderschönes wochenende und noch tolle ferientage bis zum nächsten mal tschüss